Ja, hm, so, das ist eigentlich eine kleine Information, ihr wollt ja eigentlich Ticket sehen, aber ich hab bei DxTree außerdem eingestellt, dass es zweimal eine Lautsprecherspur einstellt, das heißt, die nächsten zwei Ticket-Parts haben eigentlich keine Mikrofonstimme. Ähm, ihr hört's vielleicht, ich bin nicht begeistert darüber, boah, gerade eben aufgenommen und weil das Rennen normal keine Mikrofonspur, deswegen, ich will es nicht nachkommentieren und nicht so, weil ich keinen Bock dazu hab oder so, sondern einfach aus Prinzip, deshalb, ähm, werde ich nächsten zwei Parts jetzt einfach beide in Zeitraffer, also vorspulen, das heißt, ihr seht, es ist ja aber alles 20 Mal schneller oder so, ähm, dass ihr einfach noch mitbekommt, was ich gemacht hab. Zum Glück hab ich in den zwei Parts nur an meinem Haus weitergebaut, ähm, ich, dickes, 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 Entschuldigung, ich hoffe, es passiert nicht nochmal, ich hab's jetzt auch gleich eingestellt und, ähm, ja, Entschuldigung nochmal, aber trotzdem viel Spaß mit den nächsten eigentlich 24 Minuten, die jetzt aber leider gekürzt wurden. Ja, viel Spaß. 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 Ja, viel Spaß.